Neuk! Neuk! Das Super-G ist immer tricky. Das Super-G ist immer sicher, dass man die Geschwindigkeit und die Taktik ist. Aber heute bin ich auf und ich fühle mich sehr, sehr überzeugt. Und ich bin einfach so glücklich. Und ich denke, das ist das beste Super-G das ich in meiner Karriere getan habe. Das ist das glücklichste Ski, das ich in Super-G schon seitens. In honor of the winner, we will now play the National Ensemble of Italia.